Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und gerade eben haben, ja, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, haben die Glocken geläutet und, ähm, alle sind jetzt verschwunden und sind jetzt nach da unten gelaufen. Jetzt gehen wir einfach mal gucken. Wir sollen zwar laut Aufgabenzettel unsere Mission von der Hirtin erhalten, aber wir gucken trotzdem erstmal da unten hin. Oh. Die Hirtin wartet in dem großen Raum auf euch. Okay, okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt zur Hirtin. Ja, also wir haben in der letzten Folge ja mit den ganzen Leuten hier gesprochen gehabt und jetzt wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Da ist sie. Diese Frau führt den Widerstand der Magischen. Sie ist eine Samare. Ihrer Art bin ich nie zuvor begegnet. So, Hirtin, dann lass mal hören. Seid ihr bereit, Kian? Ja, bin ich. Gut. Gut. Liko und Enu kommen mit euch. Sie werden euch sagen, was ihr heute Abend tun müsst. Okay. Was meinen die, wie ich in die Stadt gelangen soll, ohne von meinem Volk erkannt zu werden, auch wenn es Nacht ist? Sind sie so dumm oder arrogant, dass ihnen das nicht in den Sinn kommt? Wenn ein Assadi-Soldat mich sieht, gibt er sofort Alarm. Nach mir wird gefahndet. Mir ist noch nicht klar, was ich für sie tun soll, wenn ich in der Stadt bin. Da ich als Verbrecher gesucht werde, würde jeder Assadi-Soldat, der mich sieht, Alarm geben. Aber sie haben sicher einen Plan. So dumm und arrogant können sie gar nicht sein. Tja, ähm, wir fragen einfach mal, weil wir halten sie ja für blöd, weil wir sind ja der Beste und der Coolste und hat man nicht gesehen. Was... Wie soll ich dort unbemerkt herumlaufen? Jede Assadi-Wache würde mich sofort erkennen. Natürlich. Deswegen hat unsere Sidmari-Zauberin das hier für euch hergestellt. Magie. Hier kommt man nicht ohne aus. Wenn ihr uns helfen wollt, müsst ihr das trinken, fürchte ich. Ein bakshelwanischer Maskierungstrank? Nicht ganz, aber gut geraten. Ein Maskierungstrank würde keine Stunde lang anhalten. Das ist ein irradianischer Schleier. Er bleibt tagelang wirksam. Er... Er lässt alle ungeübten Blicke abgleiten. Solange ich mit niemandem spreche, werden die Wachen mich nicht einmal wahrnehmen. Für sie werde ich wie ein Schatten sein. Das ist sehr starke und sehr kostspielige Magie. Nicht leicht zu bekommen. Oh, ihr kennt euch aus mit Tränken. Bevor ich Apostel werden konnte, musste ich mich mit Magie ebenso gut auskennen wie die, die sie einsetzen. Man muss seinen Feind kennen. Das wird euch sicher von Nutzen sein. Trinkt ihn, bevor ihr an Land geht und der Schleier wird euch verbergen. Seid trotzdem vorsichtig. Sprecht nicht mit den Assadiwachen oder Sympathisanten. Erregt keine Aufmerksamkeit. Aber denkt daran, wer euch gut kennt, der kann immer durch den Schleier blicken. Kian, ich muss wissen, dass ihr hinter der Sache steht, bevor ich mein Volk in Gefahr bringe. Enu und Liko bedeuten mir viel. Ich habe euch mein Wort gegeben und mein Wort steht fest wie ein Berg. Gut, ich werde eure Entscheidung nicht länger in Frage stellen. Liko und Enu warten unten an der Treppe auf euch, im verborgenen Hafen. Aber so könnt ihr nicht nach Makuria. Ihr müsst euch was anziehen. Ich habe euch Kleidung aufs Bett gelegt. Ich denke, sie sollte euch passen. So, das bedeutet, wir können den irradianischen Schleier uns mal angucken. Hm. Die Irrtin gab mir diesen Trank. Es ist ein irradianischer Schleier. Starke Magie. So, so, so. Okay. Dann aus dem Menü raus. Und, äh, nein. Da hinten geht es doch irgendwo jetzt rein. Genau. So, ähm. So. Ah, das ist mal direkt an der Bibliothek. Das heißt, das hier könnte, müsste, sollte... Ah, das ist unser... Sie haben mir frische Kleidung hingelegt. Die Frage ist, wird sie passen? Hm. Gucken wir mal. Naja, sieht nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Nett. Sieht gut aus. So, dann mal los. So. Okay. So, Hirrtin, wie seh ich aus? Sie ist eine beeindruckende Kreatur. Frau. Es ist schwer, ihre Schönheit und Ausgeglichenheit nicht zu bewundern. Liko und Enu warten unten an der Treppe auf euch. In den Höhlen. Dort ist eine Wucht mit einem kleinen Hafen. Ihr fahrt mit dem Boot ans Ufer. Okay. So, dann Attacke. Alles Gute für eure Mission. Ihr könntet euch keine besseren Gefährten wünschen als Liko und Enu. Naja, bei dem Liko bin ich mir jetzt so ganz sicher. Der will mich so so tot sehen. Naja. Und diesmal habe ich das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir auch tot sein werden. Aber, ähm, das ist eine andere Geschichte. Werdet ihr seekrank? Was? Oh, ich wollte nur wissen, ob ihr gleich anfangt, uns voll zu kotzen. Das ist alles. Ich bin schon mal auf einem Boot gewesen. Gut, dann macht's mir nichts aus, neben euch zu sitzen. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wir müssen los. Ich informiere euch über die Mission, sobald wir unterwegs sind. Nach euch, Kian. Tja, jetzt muss ich wieder zuerst. Naja, das kann ja null... Na gut, solange wir jetzt die Ersten sind, können die uns nicht hier aus dem Boot schmeißen. Attacke. So, dann mal los. Auf in den Kampf. Oder was auch immer da jetzt, äh, passieren wird. Ich hab so ein... Ja gut, ich weiß ja schon so grob, was passieren wird. Ist aber auch schon wieder lang, lang, lang her, dass ich, äh... Dort, dass ich das gespielt hab. Oh mein Gott. Ich weiß nur, dass wir einige Zeit hier in Makuria verbracht hatten. Ach ja. Wir müssen uns aufteilen. Es gibt viel zu tun und wir wollen keinen Verdacht erregen. Vielleicht erst noch ein paar Anweisungen? Ich hoffe, euer Gedächtnis ist besser als das der Sith-Apostel. Ähm... Okay. In ihren Reihen gibt es einen Verräter. Ich muss diese Person identifizieren, bevor sie mehr Schaden anrichten kann. Mhm. Ich soll jemanden aufsuchen, der Maulwurf genannt wird. Ein Tarname. Diese mächtige Person leitet die kriminelle Unterwelt der Altstadt. Fangen wir mal mit der Maulwürfin an. Wo kann ich diesen Maulwurfstypen finden? Oh, es ist kein... Der Bau der Maulwürfin befindet sich direkt am Zwielichtskai, Kian. Ah, richtig. Ja, Kian, ihr findet die Maulwürfin ganz in der Nähe. Er ist ganz nah, dieser Typ namens Maulwürfin. Der ein menschlicher Mann ist, offensichtlich. Mögen die Götter uns vor den Zittlingen und ihren Mangel an Feingefühl bewahren. Die Maulwürfin betreibt aus dem magischen Ghetto heraus ein unterirdisches Versorgungsnetz. Wir brauchen Nahrung, Medizin und Waffen. Daher sind wir auf gute Beziehungen angewiesen. Was auch immer die Maulwürfin von euch verlangt, tut es, ohne Fragen zu stellen. Okay, und dann haben wir noch den Überläufer. Den sollen wir auch identifizieren. In ihren Reihen gibt es einen Verräter. Ich muss diese Person... Ich werde in der Altstadt nach einem abtrünnigen Ausschau halten. Genau, mehr wissen wir leider nicht. Jemand in der Altstadt spioniert für die Assadi. Er... Oder sie. Besucht wahrscheinlich oft das magische Ghetto. Aber er, sie muss ein Mensch sein. Sonst wäre eine Zusammenarbeit mit den Assadi kaum möglich. Wir glauben, dass die Person auch an Versammlung der Nationalen Front teilnimmt. Diese Typen sind Verräter. Assadi-Kollaborateure. Ihr Anführer, Onor Hilleris, veranstaltet regelmäßig geheime Treffen irgendwo in der Stadt. Das dürfte unsere beste Chance sein, den Verräter zu identifizieren. Schleicht euch in eine der Versammlungen ein und macht unseren Kerl ausfindig. Oder unsere Frau. Person... Ich werde auf dem Markt mit meinen Nachforschungen beginnen. Ja, wir können sonst gar nichts mehr sagen. Wir sind bereit. Es wird Zeit, mich meinen Aufgaben zu widmen. Ich bin bereit. Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Eno und ich haben heute Abend andere Aufträge. Wenn ihr den Überläufer identifiziert habt, kommt zu mir. Auf den magischen Markt. Das ist nicht weit von hier. Folgt dieser Straße in die Altstadt. Anschließend treffen wir uns im Cock und Poo... Im Rooster und Kitten. Das ist eine Taverne auf der Aireda-Allee, kurz vor dem Markt am Südhor. Ulvik, der Wirt, ist ein Freund des Widerstands. Das ist im Moment sicher alles sehr verwirrend für euch, Kian. Aber es gibt überall Stadtpläne. Ihr könnt euch nicht verlaufen. Naja, vermutlich doch. Werdet ihr... Ich finde mich schon zurecht, Eno. Gut. Viel Glück, Großer. Ihr Großen. Alle beide. So. Tja, jetzt müssen wir doch Magie anwenden. So, okay. Wir haben die Maulwürfel und den Verräter. Womit fangen wir denn an? Hm. Guck mal doch mal. Die Maulwürfen war, glaube ich, irgendwo hier. Ging's doch rein, wenn ich mich noch richtig erinnere. Die Maulwürfen erwartet euch. Ihr werdet hinten warten, bis ihr an der Reihe seid. Redet nicht, bevor ihr angesprochen werdet. Und keine komischen Dinger, ja? Alles gut. Okay. Er ist nicht besonders gut darin, unauffällig zu sein. Aber vielleicht ist das Sinn der Sache. Ich glaube nicht, dass der hier so viel zu befürchten hat. Ich denke mal, hier wird die Maulwürfen das Sagen haben. Dann gehen wir mal zu ihr und schauen mal, was wir tun können. So. Aha. So. Äh. Irgendwo war doch jetzt hier gerade noch ein... Wer ist da? Er behält mich die ganze Zeit im Auge. Die Maulwürfin ist gut geschützt. Hm, da ist er. Aber ich kann es noch nicht angucken, obwohl mir das Icon was anderes sagt. Nur ein unglücklicher Nebeneffekt, Madame. Ich erwarte nicht... Unglücklicher Nebeneffekt ist vielmehr als unglücklicher Nebeneffekt. Ist schlammbeladene Katastrophe. Das ist... Jeder in Bar schläft. Jeder, der Wein trinkt, schließt Augen und schnarcht. Nicht gut für Geschäft. Nun ja, stimmt. Wir haben der Mischung zu viel Mondstängel beigefügt. Ich gebe die Schuld... Ganz egal. Verantwortung bei dir. Du machst Desaster. Du behebst Desaster. Mondstängel... ...sollen nur Wein mehr gut machen, Würze geben. Mehr Leute Wein kaufen lassen. Das... Das, Leute, lässt nicht Wein kaufen. Das, Leute, lässt schlafen. Keinen Wein mehr trinken. Lässt Leute anderen Wein kaufen. Das ist schlechte Sache, nicht gute Sache. Schlechte, schlechte Sache. Also. Du behebst, wie du behebst. Ähm... Na ja, seht ihr, das ist das Problem. Wir haben keinen Mondstängel mehr. Es wurde alles in die eine... Lieferung getan. Erde bewahre uns vor deinesgleichen. Ohne Mondstängel. Unser Wein nur Wein. Nicht besonders. Keine Würze. Nun gut. Du holst Abendlied von Grünanlagen. Weckst dort. Ziege frisst es. Ziege liebt es. Ziege wird schwindelig und fällt um. Ziege weiß nie, wann genug ist genug. Nicht gleich wie Mondstängel, Abendlied. Aber wird vorerst genügen. Macht Wein wieder mehr besonders. Vielen Dank, Madame. Ich werde... Mische nächstes Mal richtige Menge. Nicht zu klein oder keine Würze. Und nicht zu groß. Oder alle legen schlafen. Und wenn alle schlafen, du schläfst. Du schläfst langen Schlaf. Endgültigen Schlaf. Ähm... Ah, richtig. Bei den Göttern. Ja, ja. Ich... Danke, Madame. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war eine eindeutige Drohung. Was macht ihr da? Asadi. Hä? Kommt aus Schatten. Lasst mich euch sehen. Ah, ich darf jetzt rein. Endgültig. Er behält mich die ganze Zeit im Auge. Die Maulwürfin ist gut geschützt. So, können wir sie jetzt angucken. Ist das... Bei der Göttin. Das ist die Maulwürfin? Was hast du erwartet, Kian? Jetzt mal ganz im Ernst. Hm? Was? Vielleicht wurde sie nicht über meinen Besuch informiert. Vielleicht hat sie keine Ahnung, dass ich dem Widerstand angehöre. Und glaubt, ich vertrete die Asadi. Ne, 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 ne. Warte mal. Sie weiß bestimmt, wer ich bin und weshalb ich hier bin. Diese Kreatur hegt offenbar großen Groll gegen mein Volk. Das mag verständlich sein. Aber wenn sie mich nur als Feind ansieht, wird es unmöglich sein, etwas auszuhandeln. Hm. Hm. Vielleicht wurde sie nicht über meinen Besuch informiert. Vielleicht hat sie keine Ahnung. Sie weiß bestimmt, wer ich bin und weshalb ich hier bin. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr braucht etwas. Ich brauche etwas. Jeder braucht etwas. Ich sage euch Methode, wie meine Geschäfte laufen. Ihr tut etwas für mich. Ich tue etwas zurück. Ist einziger Weg. Bin nie Erste. Nee, nie Erste. Weil ich die Maulwürfin bin. Also singt euer Lied. Lasst mich wissen, was ihr braucht. Und hört dann, was ich brauche. Na los. Na los. Ich bitte um Hilfe im Kampf gegen die Assadi. Zählt das nicht auch als etwas, das ich für euch tue? Aber ihr seid Assadi. Das bin ich. Ein Apostel. Das war ich. Pah. Mag Menschen nicht. Assadi. Sie am schlimmsten. Woher ich weiß, Assadi mich nicht zum Narren hält. Woher ich weiß, ihr mich nicht zum Narren haltet. Die Göttin schütze uns alle. Ich bin Kian Alwane. Ich war der Apostel. Aber jetzt bin ich ein Rebell. Ich bin hier, um mein Volk zum Verlassen des Nordlands, zur Rückkehr nach Assadi zu bewegen und um unsere sogenannten Anführer für ihre Verbrechen vor Gericht zu bringen. Weiß nicht. Recht wie Falle. Aber lasst uns tun, als sprecht ihr Wahrheit. Was wollt ihr von der Maulwürfin? Mir wurde gesagt, ihr könntet uns mit Waffen und Vorräten helfen. Vielleicht kann die Maulwürfin mit Waffen helfen. Vielleicht nicht. Aber bevor Antwort auf Frage gibt, ihr helft mir mit etwas. Wascht Hand. Waschen? Ist nur Redensart. Will nicht eure Riesenhände an meinen. Gefallen für mich. Gefallen für euch im Gegenzug. Was braucht ihr? Brauche abgefangenen Laufburschen. Boten, der Nachricht zwischen Wachposten in Stadt überbringt. Brauche Brief. Ihr helft Maulwürfin damit, dann die Maulwürfin denkt nach über euer Problem. Das kriege ich hin. Gut für euch. Nicht mehr Apostel. Eine Bedingung. Dieser Laufbursche. Ihr werdet ihm nichts antun. Werde ich nicht. Wieso nicht? Sie setzen junge Männer als Laufburschen ein. Knaben. Die haben keine Schlachten geschlagen, keine Rebellen getötet und keine magischen. Sie haben den Tod nicht verdient. Trotzdem sind sie Feinde. Ich brauche euer Versprechen. Ich verspreche. Niemand tut kleinem Laufburschen weh. Mein Mann da drüben markiert auf Karte, wo Bursche vorbeikommt. Von dort aus findet ihr Ort, um Bursche Nachricht abzunehmen, ohne dass Wache guckt. Denkt dran. Niemand darf sehen. Sehr wichtig das. Ihr nehmt Brief von Bursche. Wir kriegen Brief von euch. Alle gehen getrennte Wege. Alle glücklich. Wenn Aufgabe erledigt, spricht wieder mit der Maulwürfin. Die Maulwürfin dann bereit für Geschäftliches. Okay, okay. Sache ist klar. Ich frage mich, zu welcher Art von magischen diese hier gehört. Soldaten, die aus den nördlichen Wäldern zurückkehrten, haben über das Maulwürf's Volk gesprochen, das in der Erde gräbt. Nein, wir wollen nichts wissen. Wir wollen gehen. Es gibt noch viel zu tun, bevor die Nacht vorbei ist. Ich mache mich auf den Weg. Geht. Hursch verschwindet, der kennt die Tür. Leicht zu finden, noch offen. Okay. So. Ähm. Ah. Gut. Okay. Der läuft hier quasi rum. Tempelplatz im weißen Turm. Die Mönchsfeste. Da ist die Maulwürfin. Da sind wir. Und das ist der Weg, den der Läufer nimmt. Das sind wahrscheinlich die Checkpunkte irgendwie oder sowas. Und da müssen wir jetzt ein... Ah ne, Moment. Die Bank und die Grünanlagen. Alles klar. Das Gehäuse. So, so, so. Okay. Gut. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. So. Und ich habe diesmal vor, den allerdings den richtigen Verräter zu holen, weil wir sind zwar ein Arscher, aber wir machen unsere Sache wenigstens ordentlich. Zumindest mal der Plan. Hat ja das letzte Mal nicht so viel geholfen, dass wir an den Falschen erwischt haben. Wobei das, glaube ich, auch nicht so viel Unterschied gemacht hat. Na, wir werden sehen. So. Okay. Gut. Da geht's raus. Der magische Markt. So. Ach, ist das schön. Aber hier ist noch relativ wenig los. Und von daher würde ich sagen, wir machen uns dann, ja, in der nächsten... Hey! Ich glaube, es hackt. Hilfe! Hilfe! Lasst mich los! Hilfe? Du hast versucht, meinen Geldbeutel zu stehlen. Na und? Ihr seid an Asadi. Das ist die schlechteste Ausrede aller Zeiten. Fürs Stehlen eines Geldbeutels könnten sie dir den Arm abhacken. Bisher lief's immer gut. Glück für dich, dass ich kein Asadi bin. Und jetzt hau ab! Wie groß seid ihr! Ihr seid echt groß. Lass mich in Ruhe, Junge. Ihr seid viel größer als mein Vater. Seid ihr sicher, dass ihr kein Asadi seid? Ja. Ihr seht aus wie ein Asadi. Seid ihr ein Soldat? Warum tragt ihr keine Uniform? Seid ihr bei der Geheimpolizei? Was? Nein! Zieh Leine, bevor ich meine Geduld mit dir verliere. Ihr seht echt wie einer von denen aus. Oh, bei der Liebe der Göttin. Wie ist dein Name, Junge? Bib. Bib? Ja. Na und? Du solltest bei deiner Mutter sein, Bib. Und dich nicht hier herumtreiben und stehlen. Geh nach Hause. Geht nicht. Ich hab kein Zuhause. Tut mir leid. Trotzdem solltest du nicht... Die sind nicht etwa tot oder so, meine Eltern. Sie wurden bloß nach GN geschickt. Aha. G. GN. Dorthin werden die Magischen geschickt. Sie kehren nicht zurück, aber das muss der Junge bereits wissen. Er muss gesehen haben, wie es bei anderen gelaufen ist. Der Junge hat wahrscheinlich keine Ahnung, was auf GN geschieht. Und ich sollte nicht derjenige sein, der es ihm sagt. Och. Nö. Wir sagen ihm, was Sache ist. Wir sind taktlos und gemein und selbstsüchtig und, ähm, ja, wir, ähm, ja, konfrontieren gern keine kleinen Kinder mit der Wahrheit. GN. In die Gefängniskolonie? Umerziehungslager. Das hat mein Vater gesagt. Wahrscheinlich haben sie als Kinder in der Schule nicht besonders gut aufgepasst. Sie kommen bestimmt zurück, wenn sie richtig umerzogen worden sind. Niemand kommt von den Inseln zurück. Jedenfalls keine magischen. Was meint ihr damit? Ich meine... Wollt ihr sagen, dass sie für immer dort bleiben werden? Oh, okay. Jetzt können wir noch mal Wahrheit oder Lüge. Er ist nur ein Junge. Aber das war ich auch, als ich ein Waisenkind wurde. Niemand hat mich vor der Wahrheit beschützt. Der Junge kann nicht älter als zehn sein. Er muss die Wahrheit noch nicht erfahren. Doch, das muss er. Sage ich und sagt auch Kian jetzt. Erst... Sie werden nicht zurückkommen. Aber wieso? Was wird mit ihnen geschehen? Über solche Dinge solltest du nicht nachdenken. Hast du keine Familienangehörigen hier? Nicht in Makuria. Die sind alle im Südland. Was wird mit ihnen geschehen? Man wird sie arbeiten schicken. Dafür sind die Gefängnislager da. Um die magischen von den Menschen fernzuhalten. Um sie zu separieren. Separieren? Um die magischen von den Menschen zu trennen. Für immer. Ihr lügt! Das tue ich nicht. Wirklich nicht. Ihr seid einer von denen. Warum seid ihr hier? Nehmt ihr mich mit, um mich wegzuschicken und zu separ... separieren? Separieren. Mich auch? Ich bin keiner von denen. Tja, ihr seht aber so aus. Und klingt wie die. Das mit deinen Eltern tut mir leid. Aber ich habe... Dinge zu erledigen. Gehört ihr zum Widerstand? Widerstand? Natürlich nicht. Ich... Weil ich gehört habe, wie jemand sagte, dass jetzt ein Assadi beim Widerstand ist. Und wenn ihr ein Assadi seid, der hier ist und Dinge zu erledigen hat, klingt das verdammt danach, als würdet ihr zum Widerstand gehören. Nicht so laut, Junge. Keine Sorge. Alle in der Altstadt unterstützen den Widerstand. Fast alle jedenfalls. Was meinst du mit fast alle? Ich meine, dass es ein Paar gibt, die den Widerstand nicht unterstützen. Die sich lieber zur Versammlung der Nationalen Front schleichen. Ein Paar, die Rebellen bei den Assadi verpfeifen. Kennst du so jemanden? Nein. Naja, ich kenne ihre Gesichter nicht. Aber ich weiß, dass heute Abend eine Versammlung der Nationalen Front stattfindet. Zeig sie mir. Was? Zeig mir wo. Ich darf auf eine Mission mit euch? Das... Das ist... So... Unglaublich. Genial. Beruhig dich, Junge. Ich möchte nur, dass du mir sagst, wo. Wie gut kennt ihr die Stadt? Naja, nicht besonders gut. Fein. Dann zeige ich's euch. Zu kompliziert, das zu erklären. Es ist nicht sicher. Für euch? Nein. Für mich? Ich verlasse das Ghetto ständig, wenn es dunkel ist. Ich weiß, wo ich hin muss, wo die Wachen postiert sind, ich kenne ihre Patrouillenwege, alles. Ich bin wie ein Schurke, eins mit dem Schatten. Der verschleierte Rächer. Ich bin ein Assassine. Zeig mir einfach den Weg und dann gehst du direkt hierher zurück. Ich bleibe nur eine kleine... Direkt zurück. Oder ich suche mir jemand anderen, der mich hinbringt. Viel Glück dabei. Aber na schön. Dann komme ich eben direkt zurück. Seid ihr bereit? Können wir gehen? So, ähm... Im Prinzip ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben schon böse überzogen, weil wir unbedingt jetzt noch dem BIP sagen mussten, was die Sache ist. Aber wir werden in der nächsten Folge dann direkt losmarschieren und mal schauen, dass wir den Typen da vom Widerstand kriegen, der uns da verraten hat. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für's Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!